Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft Folge 10 nicht mehr mit so in den Wiesbaden und jetzt gehen wir diese Zäune einbauen am besten holen wir uns noch Schafe denn dann können wir den Club könnten wir dann um aus Wolle mit Wolle machen das sind Pferde wir müssen aber dann noch ein bisschen was anbauen und die hinten wir können jetzt einfach was so machen so äh Blume Hä ich kann die auch so knoiss so genau das sollte dann auch reichen jetzt können wir das jeweils noch so machen so dann hier ein Tor zack ja hier müssen wir jetzt halt auch so ein Tor äh äh ihr müsst stellen das ist hier tut man leid das ist einfach ein Verbrechen so noch mal du du kommst gar nicht auf die Gedanken so hier noch die Eier einsammeln da 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 das ist gebraucht und möglichen die müsste auch mal schweißen Sieg ich habe mir ein doppeltes Problem doch egal okay dann gehen wir jetzt mal zu unserem Feld in der hoffnung dass dort schon was gewachsen ist denn sonst wäre das ziemlich belastend und das hier passt mir auch nicht so ganz dass sie noch so dass sie so eine reihe zu weit sie sind zu weit gegangen ja es ist tatsächlich schon ein Prozent Sekunden zwei können wir die auch direkt vermehren das ist gut und das jetzt durch das ich bin über das Feld gerannt jetzt holen wir uns mal Schafe und sehr wahrscheinlich gibt es Schafe ja da vorne auf dieser riesen Wiese denke ich mal nehme ich mal an ich meine wo sonst ach hier haben wir doch einen Huhn ist ja auch cool haben wir doch mal ein Ei vielleicht auch noch ne schade ich habe diese Füße also Zombies allgemein aber die sind diese kleine die sind am schlimmsten ich will nicht so weit noch sind sonst verhindern wir uns nur und leistend 30 als ob nirgendwo hat Schafe auch es hat nur so ein Ding ist hier ne ein Schaf dich nehmen wir mal mit das wird jetzt lustig gut vielleicht sehen wir ja noch ein Schaf das ist auch schon schön braun wir könnten es färben jetzt haben wir den Klubbohnen der wird aus also was wird denn der wir könnten ja machen dass der ähm aus polierten an das Hit wird ich kann euch den mal zeigen dass sie wahrscheinlich auch ziemlich gut aus und dann die Wände schwarz oder ja ja ich denke schon machen wir dann schwarz komm mit jetzt chill mal wir sind schon bald da bald komm komm alter ist das langweilig aber es muss auch sein dafür haben wir dann ein Schaf leider sind das nicht wie Hühner und können alleine quasi sich vermehren also die können halt keine Schafe legen das ist so ein bisschen schade wir gehen jetzt aber auch hier hinten durch und ich dachte gerade das Huhn kommt mit komm alter was macht das für ein Umweg noch nie hieß noch so ein auch das habe ich vergessen aber ich weiß wie wir da hoch kommen komm genau so so komm hier hoch komm hier hoch komm hier hoch ja nach vorne genau brav jetzt hier hoch noch mehr noch mehr noch und und noch mal noch mal noch mal als ich Luke sie haben komplett aus ihrem Gebiet wir locken quasi kleine schafe aber nicht weil wir was böses von ihnen wollen sondern weil wir sie zum vermehren brauchen und zum bau also der baustoff die wollen sagen wir es so reisen haben wir in den reisen haben wir leider nicht dabei jetzt brauchen wir dann noch ein scharf und dann haben wir zwei dann können wir die verwenden dass ich glaube das ist glaube ich sehr wichtig dass die schafe haben kühe wird halt auch praktisch pferde werden eigentlich auch nicht dumm also so tut mir leid du bekommst das später 1 dann können wir dich auch gleich vermehrt so dann gehen wir mal auf die Suche hier hätten wir sogar zwei Pferde immer nur noch zwei in den drei Zaun wer wisst ihr was wie macht sie die alten Römer wenn die so gemacht haben denn die kann man auch mit weißen Locken bitte die kann man auch locken das ist sonst scheiße ich habe hier aber ich denke schon so kommt mit nicht gut 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 man den steigt man aus acht und schiff die lange wie jetzt müssen die die dort rein schieben das könnte noch lustig werden die wir man die doof doch da hochbekommen 16 noch achtung achtung ja schön quasi hier rein einfach ja perfekt so du bist auch genau bitte das andere geht jetzt einfach nicht raus das wäre ultra nervig tatsächlich wäre es wirklich ultra nervig so komm geht komm geht da rein jetzt aber wie die vermerkt man die das frage ich mich gerade noch ein bisschen da rein jawohl okay so jetzt ist die frage wie vermerkt man die das ist bisschen die frage okay wir gehen jetzt mal pennen machen uns eine Schere und dann gehen wir mal gucken ob vielleicht wieder ein Scharftot ist fände ich cool so genau dass man hier alles wieder einpacken wir haben keinen Platz hier haben wir auch keinen Platz hier das gibt es doch nicht wir brauchen noch ein bisschen Holz haben wir noch Holz ja hier genau wo hat das jetzt gebracht ähm gut eine neue Kiste ups also wir haben wirklich zu wenig Platz wir müssen jetzt wirklich dann mal ein Lager bauen um ein zwei brauchen wir für die Schere vier er weiß ich sie sind eine Schere ist doch ah ja Monsters oh Gott alter ich habe mich erschreckt die gar steht auch direkt hinter meiner Tür das ist doch unfair das war doch ein erster April Scherz weil heute wo ich das aufnehmen ist erst April ich weiß aber das Video kommt gefühlt erst im August haha und nein das ist ein Crabber ein Crabber meine ich ach man bitte sie mich nicht danke als ob noch nichts gewachsen ist doch ich glaube hab ich gespawlet wir schaffen den kurz aus der Welt zu hoch nur kurz die jetzt epischer Gräberfall gut zu älter Schwanes machen hier hier stehe ich nicht drauf das reicht ja auch erst mal und links einmal für die Gottesdruck ich bin natürlich wie man damit spricht man doch wie keine Ahnung auf jeden Fall nicht das Wied stimmt das quasi unsere Wied-Plantage so zack zack vielleicht wieder ein Schaf ich hoffe es sehr denn sonst wäre das ganze ziemlich belastend wenn wir nur ein Schaf hätten jetzt aber auch nicht viel weiter gehen denn sonst verlaufe ich mich eh wieder hier sind nur Hühner ich will keine Hühner ich hab selber Hühner aber ich will Schafe kann doch nicht so schwierig sein hier einfach ein Schaf in die Welt zu setzen gut schauen wir doch doch das gibt doch was die Funde das noch mal so ein kakaobraune Schaf oder ja klar Jokum wir nehmen die einfach auch alle mit da kommt da hinten ist noch ein so ne ja hallo du komm hä bist du bist du hä hä keine Ahnung das ist glaube ich bisschen verwirrt aber doch wir haben Tintenfische bei uns die müssen wir töten damit wir schwarze Farbe bekommen denn wir müssen ja schwarze Wolle bekommen und für das wären wir die schwarze einfach scharf die werden die Schafe schwarz werden denn immer wenn die sie dann schieren gehen sie natürlich dann auch die entsprechenden macht man nicht braune Farbe wenn ich gerade so interessieren ich glaube mit Kakaobohnen das könnte sein aber sonst hätte ich keine Ahnung man ist ich weiß jetzt schon nicht mehr wo ich durch muss mein Gefühl sagen wir müssen nachdem man riefen es ist ungefähr bei 200 ist und egal wie er hört sich sonst verlaufen jetzt noch stärker kommt okay doch da hinten sollte dann der Baum mit dem Crafting sein als Stamm quasi kommt 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 das praktisch ist hier haben wir richtig viel Bauland irgendwann für später so kommt kommt alle mit ach man es ist so belastend das Ding ist ich werde jetzt aber ähm ich werde das jetzt noch durchziehen ich werde dafür keine neue Folge starten es wäre nur dumm und unnötig und so mit mitkommen quasi eine halbe Völkerwanderung und das letzte Punkt und das ist so schwierig die jetzt dann das fand es nicht kommt setzt es auch genutzt 8 PC leute wir sind schon fast bei 19 minuten das muss jetzt nicht sein es mir gerade auffällt wir sind schon eh oh gott und nein nein jetzt habe ich auch man was ich sagen wollte ist wir sind schon lange nicht mehr gestorben und das letzte auch noch und bin ich schon mal nicht egal zwei eigentlich würde ich auch eins reichen was ist das denn hier das ist da denn passiert kommt runter genau kommt 20 minuten ich denke nicht kommt kommt ihr schnell speedrun speedrun kommt let's go let's go doch das schaffen wir kommt 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 bitte bitte schnell mit auch scheiße verhalten der jocke wir schon jetzt nicht alleine durch diesen fehler das ist so extrem viel zeit gekostet wobei wobei das wird auch knapp dass wir noch knapp dass wir noch knapp dass wir noch knapp kommt 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 ja okay eins sein urlaub genau 20 minuten hier morgen leider kann ich euch noch nicht für dann aber euch kann ich mal eingeben also einschießen okay das war es mit dieser folge minecraft bis zum nächsten mal bis zu was man man I'll see you What do you see?